Moin Pamarillos, mein Name ist Sonny, ihr seid hier auf Rapsplay und wir haben uns ein neues Spiel runtergeladen, der Sepp und ich, den Sepp kennt ihr ja noch von, äh, wie heißt das Spiel nochmal, Hardware Rivals, und noch irgendwas, so warte, ich mach mal den, den Ton ein bisschen, ein bisschen leiser, oder kann ich das hier überhaupt, Audio, Sound, Volume, ich würd sagen, wir laufen mal hier, kann man LED Punkte markieren, äh, keine Ahnung, Geh du vor, ich brauch, ich brauch, äh, warte mal, ich hab mich mal geheilt, ich sag mal, wir gehen mal den Weg hier runter, dann kommen wir direkt an der Stadt, okay, gut, auf geht's, ich hab jetzt 60, rechts oben, hä, 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 hier ist ein 90-barer Wand, oh, das heißt, hier kommen wir nicht weiter, okay, andere Richtung, deswegen ist das Spiel auch nur 6 GB groß, ach du scheiße, okay, dann laufen wir einfach mal, hier links runter, ja, hier runter, genau, Äh, das Spiel heißt Shattered Skies übrigens, das haben wir uns jetzt in der Early Alpha irgendwie sowas runtergeladen, und wir haben nämlich früher ausgiebig Worsi gezocken, das waren richtig lustige Zeiten, und ich bin gespannt, ob das Spiel hier, äh, an das alte Worsi rankommt, ich glaub ja eher nicht. Ja, es sind ja dieselben Entwickler, und es sind einfach nur ein bisschen aufgehübscht. Ja. Aber ich bin gespannt, so. Oh, das sieht ja gut aus, sonnen. Ja, ich brauch auf jeden Fall Essen, ist das ein Supermarkt? Au, 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 ich hab Angst, dass ich gleich irgendwie hinfalle. Die Büsche sehen aber schöner aus wie sonst. Was ist denn auf 1 und 2? Achso, ah, warte, achso, auf 2 hab ich keine Waffe, auf 1 hab ich ne Waffe. Hast du schon dein Lootpack ausgepackt? Ja, ja, ich hab auch, ich hab auch, äh, schon grad mich heilen müssen, weil du mich ja abgeknallt hast. Amor Plate, ich hab noch ein Medikit, und... Ja, Medikit hast du 3 Stück, also ich hab schon 1 gefressen. Komm, lass mal hier reingehen, ich brauch unbedingt Essen hier. Also man kann sich töten, ne? Ja, ja, du hast mich... Du hast mich eben angeschossen. Oh, Achtung hier, weil du hier wiegt Schacheldraht. Kann man nicht rein. Scheiße, okay, dann kannst du den kaputt machen? Ne. Weiß ich nicht, ne. Wie war das eigentlich, Voice-Chat? Gab's hier Voice-Chat? Ich hab keine Ahnung, ich spiel das grad zum ersten Mal. Wow! Hä? Kann man irgendwie sich ducken? Auf Steuerung. Ich komm da nicht rein. Warte mal, gibt's hier Voice-Chat? Nicht, dass wir gleich hier in Action kommen und... können nicht quatschen. Alter, ich brauch... Was ist denn... Drück mal P, was ist denn P? Dismantle, zerlegen, oder was? Ich hab kein P. Ich bin hier drin, ich brauch Essen. Was ist denn hier irgendwas? Push-to-Talk ist auf T. Backshot. Test, test, push-to-talk, test. Ey, hier ist jede Menge Munition, aber... Red Apple, oh geil, was du essen? Ja, essen, App. Äh, wie kann ich denn... Ah, Inventar... Eat. Oh, der gibt nicht viel, der gibt nicht viel. Ich brauch Essen. Neun Millimeter. Hier, neun Millimeter. Ultra, LC, irgendwas-Dog hab ich gefunden. Ich hab'n, äh, Holzschild. Ey, cool. C, okay. Glass-Bike-Met. Hey, siehst du das? Ne, das siehst du nicht, ne? Du hast ein Holzschild in der Hand. Ja, warte. Das sind Dinge. Äh, nein, da kommen wir nie wieder raus, wenn du das jetzt da hinstellst. Bup. Äh, hä. Mad Pills Stomach. Oh, guck mal, wenn man den Kohleautomat haut, gibt's Funken. Ich hab'n Star-Anton. Ja, ja, hab'n ich auch schon gesehen. Gorse-Dag. Ach, du Scheiße. Also, wie gesagt, wir spielen das Spiel grad zum ersten Mal. Ihr müsst uns alle verzeihen, falls ihr das Spiel schon kennt. Und, äh, dann schreibt das bitte in die Kommentare, was wir hier falsch machen oder so. Oder wie man zum Beispiel mal ne Gruppe bilden kann. Das wissen wir nämlich noch nicht. Äh, hast du was zu saufen? Äh, guck mal hier. Material Parts. Ein bisschen. Hier, daneben ist noch was. Nimm du mal hier die. Hier die. Warte. Material Parts. Wofür ist'n das? Weiß ich nicht. Ich brauch aber Essen, Alter. Lass mal hier in das Haus. Backpack. Backpack. Wir sind die blonden Buddies übrigens. Wo sind denn die Material Parts jetzt? Weiß ich nicht. Ich brauch' Essen. Ah, bei Crafting. Bei Crafting. Bei Crafting. Yellow Pepper und Mangos hab' ich gefunden. Äh, kennt Mangos. Wenn du Escape drückst und auf Crafting gehst, da hast du diese einzelnen Sachen, was du sammeln musst. Bist du das hier? Wo? Da in dem Haus gerade? Ich steh, ich hüpfe hier. Äh, hier ist ein Spieler. Bist du das? Mach mal Duckung. Duckung. Ich ducke. Hier in dem Haus ist einer. Ja, nee. Ich bin nicht bei dem Haus. Ja, hier. Guck mal, hier links. Links. Ja, dann knall doch mal ab. Komm hier hin. Komm, den holen wir uns. Spieler, Spieler. Obviel. Wo ist der Kerl? Warte mal. Oh, nee. Ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Der ist hier drin irgendwo. Der hat auf jeden Fall einen MG oder so. Laber nicht. Doch. Oh. Ah, das bin ich. Aua. Alter, du hast mal die ganze Rüstung gekillt. Ey, du bist so ein Verrückter. Stell doch mal, drück mal C und mach nicht Ego-Shooter-Perspektive. Hab ich doch C. Ah, ja. Okay. Wo ist der Kerl mit der Waffe hin? Der ist nicht hier. Und jetzt nicht auf den Blonden schießen. Ich bin der Blonde. Ja, ja. Noch ein COG. Er hat auf jeden Fall einen MG gehabt. Ich brauch Essen, Alter. Ich hab nix zu essen. Ah, geil, ein Rucksack. Oh, ich muss auch was essen, sehe ich gerade. Ich hab keinen Space. Scheiße, was schmeiß ich denn weg? Ich esse ein paar Beeren. Dann haben wir was drin. Boah, ich hab ne Cobra. Oh, hier ist ein... Ich hab ne MG gefunden. Laber nicht. Doch. Hab ich die jetzt hier? Wie komm ich denn hier auf I? So, und jetzt kann ich change Backpack. Utility Belt. Drop. Bist du oben? Ach, man kann doch hoch. Ich hab jetzt einen blauen Rucksack. Ey, guck mal. Ja. Alter, nice. Ja. Aber keine Munition dafür. Ich brauch Essen und Trinken. Equip. Oh, ich brauch Level 10. Scheiße. Warte mal, da liegt was. Was ist das? Oxilicin. Schmerzmittel oder sowas. Ja. Alter, warum gibt's hier so wenig Essen? Ich sterbe hier gleich. Ja, auf dem Dach. Ja, auf dem Dach gibt's auch kein Essen. Naja, irgendwie nicht. Lass mal da drüben in das Haus. So, wir gehen mal hier in das Haus. Man kann nun endlich lang sprinten, oder? Der Sprintbalken geht nie weg bei mir. Ey, ich hab keinen Bock, dass ich gleich hier tot umfalle. 9mm. Level 1 Armor Plate. Cobra X. Mercer. Boah, das Essen und Trinken geht da sau schnell runter, gell? Ja. Und hier findet man nämlich nix. Green Pepper. Das sind die 8. Aber man kann auch craften, gell? Also man kann hier irgendwie irgendwas. Dafür musst du ja erstmal das Zeug finden. Bike Trap. Ja, ein Campfire zum Beispiel. Äh, Material Parts. Campfire can be placed on the ground, can be used to cook food, purify water, heal nearby players and cauterize a bleeding wound. Ja, man muss dann abkochen. Ja. Level 3 braucht man dafür. Was hab ich denn für ein Level? Ja. Keine Ahnung. Alter, ich verreck hier gleich. Ich hab kein Essen mehr. Warte, was hab ich hier jetzt aufgenommen? Ich hab noch ein Backpack gefunden. In dieser Welt gibt's kein Essen für uns. Das fängt scheiß aus. Äh. Ah, das bist du. Mutility Belt. Ja, den kannst du wegschmeißen wieder. Okay, auf in die nächste Stadt. Komm mal mit runter. Bevor wir uns aus den Augen verlieren. Wo bist du denn? Unten. Warte mal. So, das schmeiß ich mal weg. Ich hab echt nix, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich verliere schon Leben mittlerweile. Echt? Ja. Wo gehen wir hin? In die große Stadt. Komm, auf in die große Stadt. Gehen wir zu. Ich hab auch nur einen Balken. Ich hab gar keinen Balken mehr. Muss mich dann heilen mit Medikids. So, da hinten ist die große Stadt. Reise. Aber sprinten kann man irgendwie unendlich, ne? Ja, ist doch gut so. Fuck, ich brauch Leben. Hier rechts sind ein paar Häuschen. Ja, dann los. Vor allem, ich brauch trinken und essen. Ey, wenn ich gleich Essen finde, dann machen wir ein Feuer und kochen das. Bestimmt kriegt man dann mehr dazu. Hier liegt ein, äh... Ja, was war das? MS-4 COG. Auch ein Aufsatz für meine Waffe. Ah. Armor Plate hab ich schon. MS-4 COG. Hier. Arterial Parts. Medical Parts, ja. Super, aber wir sterben gleich. Ja, ich hab noch 68%. Was gibt's hier in der Hütte? Gar nichts, Alter. Was ist denn hier los? Hier muss doch irgendwas geben. Was ist bei dir drin? Äh, Mullbinden oder was ist das? Red Pepper. Kent Mangos. So, komm, ich mach mal hier. Also, ich kann das noch nicht, oder? Kann ich schon, äh... So, ich geh mal auf Crafting und dann Campfire. Craft. Oh, guck mal hier diese... Pass auf, hier ist so eine Falle. Ja, ich hab jetzt Campfire gecraftet, aber es ist nicht da. Du musst es noch platzieren, oder? Auch schon Backpack. Warte mal, Campfire. Ja. Die nehm ich denn jetzt? Strange Backpack. Jetzt hab ich hier Campfire im Inventar, aber was kann ich damit machen? Ich kann das nur droppen. Vielleicht muss ich draußen sein dafür. Ah, das sind die Quickslots. Place on the ground and he can use to cook to purify water. Äh, ich versteh's nicht. Vielleicht muss ich das, äh, anziehen, oder so. Der wird zwei. So, jetzt drück ich mal vier. Ah, komm mal raus. Hä? Oh, ich bin auch schon Leben verloren. Okay, und jetzt, was bringt uns das? Ich hab hier, ich hab jetzt grad meine Bohnen gekocht und drück jetzt mal vier. Ey, das heilt uns. Was denn? Das, das Feuer heilt uns. Wie, das heilt uns? Ja, ich krieg jetzt wieder Leben dazu. Hast du was gegessen, oder wie? Äh, warte mal. Phil Bottle. Wie kann man denn die Bottle wieder füllen? Einen Brunnen. Wir müssen einen Brunnen finden. Ja, dann lass mal einen Brunnen finden. Kann ich das Feuer wieder mitnehmen irgendwie? Warte, okay, ich bin jetzt wieder voll. Hast du alles geplündert da drin in dem Haus? Ja, ja. Okay. Aber auf 100% komm ich jetzt nicht hier. Achso, wahrscheinlich, weil ich lustig bin. Wieso liegt denn ein Telefon in dem Schuppen? Keine Ahnung. Dann will jemand gut connected sein. Wieso hast du jetzt wieder 100%? Was hast du nur gegessen? Bohnen, oder? Gar nichts. Nee, ich hab mich an das Feuer gestellt. Das heilt einen. Aber wir sind wahrscheinlich nicht in einer Party oder so. Deswegen können wir nix. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es schon Party... Aber guck mal, die schreiben da Re-Invite. Ja, ja. Also irgendwie kann man sich auch einladen. Will ihr ein Backpack? Ach, ich hab noch eine Pistole gefunden. Willst du eine haben, oder hast du eine? Ich hab eine. Re-Invite. Mir blinkt jetzt auch die Essensanzeige. Ja, ich bin ja auch wieder noch auf 98. Hier ist noch ein Backpack. Civilian Backpack. Ja, Rucksäcke hab ich schon. Wurde wahrscheinlich leer sein, ne? Hier ist ein MP45. Und noch irgendein Gewehr. AK, COG. Sehe ich irgendwo die Schüsse? Wie viele Schüsse die hat? Wenn du die auswählst, rechts. Ja, hab ich keine Schüsse für. Für die Zweitwaffe auch nicht. Aber sehe ich das im Inventar irgendwo? Du hast normalerweise normale Pistolen-Munition dabei. Ah, jetzt hab ich hier Munition. Oh, hier ist ein roter Backpack. Ja, also Ultra LC9 hab ich. Oh, hier ist. Wo bist du denn? Ey, ich seh dich nicht. Wo bist du? Wo bist du hingelaufen? Das Haus hoch. Das Haus hoch. Haus hoch? Wie kann ich denn jetzt diesen Loot-Back hier? Boah, ist das ein komisches Spiel, ey. Ah, hat er den jetzt. Ah, okay. Jetzt hat er das übernommen, ne? Bist du das Haus mit diesen drei Treppen hoch? Hier ist einer gestorben. Ich hab den jetzt gelootet. Oder was? Ich bin jetzt bei so einem Haus, wo drei Metalltreppen... Ja, genau, da bin ich hoch. Okay, da komm ich jetzt auch hoch. Also nicht schießen. Ich seh dich. Du bist bei diesem Konferenzraum hier. Mhm. Boah, hier ist ein Loch im Boden. Alter. Ich bin jetzt hier bei dir. Was ist denn das? Armor Plate hab ich schon. Du bist Level 3. Auf jeden Fall ist da hier hinten einen gestorben. Den hab ich grad gelootet. Du bist Level 3. Bei mir steht, dass du Level 0 bist. Ne, der Armor. Hier ist noch eine Pistole. Und hier ist auch einer gestorben. Und, was hat er? Essen? Wahrscheinlich nicht. Open. Ne, nur Medikit, Munition und Armor. Äh, hier ist noch was. MS4. Mercenary. Irgendwas. Alter, das... Ach, guck mal, da ist so ein Splitter im Boden. Ja, ich verliere Leben. Oh, oh. Ich auch. Aber da ist so ein Splitter im Boden. Sollen wir da hingehen? Mhm. Warte mal, hier liegt noch was auf dem Tisch. MS4 COG. Irgendwie scheint es zu gehen. Das ist Meteor-Zeugs. Hab ich das aufgesammelt. Und jetzt? Könnte ich das damit machen? Greffen. Oder auch Meteor-Zeugs. Okay. Wolle ich halt wirklich mal was zu essen. Ja, ich auch. Irgendwie viel gibt's hier nicht. Ne. Vielleicht haben die das mit Absicht so gemacht, dass man halt irgendwie verreckt. Und jedes Mal neu anfängt. Ja. Aber die Steps sind irgendwie ziemlich laut, ne? Ja. Warte mal, hier ist jemand gestorben. Civilian Loot Bag. Ah, hier ist ein Brunnen. Vielleicht kann man hier die Wasserflasche auffüllen. Alter, der hat alles gehabt hier, der Kerl. Oh, Medikid und... Wo ist ein Brunnen? Ein Telefon? Ich bin draußen. Wo bist du? Fülle Bordel. Hier kannst du... Am Brunnen kannst du die Wasserflasche auffüllen. Wo bist du? Wo ist denn der Brunnen? Hier. Ah, ich hör dich. Man muss sich hier voll nach den... Oh, geil. Hier kann man das auffüllen? Ja, wenn du ne Flasche hast. Fill Bordel. Drink. Fill Bordel. Drink. Fill Bordel. Drink. Trinken hab ich jetzt wieder voll. Wo seh ich das hier? Im Menü auch? Also trinken hab ich jetzt auch voll. Ne, da auch nüt. Ja, aber essen brauch ich auch. So, ich füll mir die auf jeden Fall. Trink jetzt nochmal und mach mal Fill Bordel. Empty Can. Ah, verdammte Axt. Hier, Bananas. Oh, dann koch... Dann... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man die kochen vorher. Brote Pepper. Aber ne, du kannst glaube ich nur Dosen kochen. Früchte kannst du nicht kochen. Vor allem, gekochte Bananen wäre ja auch ein bisschen ekelhaft, oder? Alter! Wolfstorms Backops. Ne, lila ne. Ich glaub das ist gut, oder? Brauchen wir nur Munition dafür. MP45. No Space. Ich glaub jetzt ein bisschen was gegessen, aber es hat sich nichts getan. So, was haben wir denn hier? Damage Ratio. MP45 liegt hier im Schrank, wofür auch immer die ist. Was haben wir denn hier? Achso, das ist ne Pistole. Okay. Was ist denn, was heißt denn dieser Schraubenschlüssel da unten? Wo? Und wenn, da ist so ne Waffe. Schraubenschlüssel, Waffe? Och, guck mal, hier kann man sich Sachen machen. Apple Pie, da brauchst du zum Beispiel Äpfel und sowas. Wo denn? Coffee Pot und Clean Water, da kriegst du zum Beispiel Coffee Flask. Wo bist du denn jetzt dran? Wenn du, bei Crafting und dann unten. Da steht, weißt du, das untere linke Feld. Ja, ja, ja. Da kannst du dann auf das Hühnchen gehen und dann kannst du dann da Coffee Flask zum Beispiel, aber brauchst du Coffee Pot, ich kann hiervon nix machen. Hühn, Apple, Red Apple, okay. 200 Sandwich. Gills, gibt's noch nicht Stats? Da muss man wahrscheinlich craften, da gibt's mehr, sag ich mal, mehr an Essenspunkt dann. Ja, ich hab Level 5 Armor Plate. Ich geh mal wieder runter. Das sind dieselben, dann kann ich ja eine droppen. Ach cool, man kann die Waffen noch richtig modden hier. Alter. Achso, ich kann mir mal das ACG hammeren. Wie geht denn das? Wo bist du jetzt runtergegangen? Wo kann man die Waffen ändern, die Attachments? Du klickst auf das... Da hinten ist ein Spieler. Wo denn? Da hinten. Warte, du stehst auf dem Auto, ja? Ja, ja, da hinten die Straße runter, da steht einer auf dem Auto. Komm, ich geh mal gucken. Straße runter auf dem Auto, ich seh... Da, da, ich seh ihn, ich seh ihn. Ja. Alter, wenn der uns umnietet... Oh man, hast du Schiss? Nein. Da ist er. Oh, oh, Alter. Oh, 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 oh. Der läuft, der läuft. Fuck. Wo ist der hingelaufen? Hier, nach rechts. Ich hab ein paar Mal erwischt. Musst dich heilen. Scheiße, ihr seid ja im Haus drin, ne? Ja. Der ist die Treppe hoch oder so. Komm mal rein. Hier ist so ein... Ah! Alter, ich bin fast down. Oh, ich bin down, ich bin down. Alter, Satz, my balls. Der kam direkt wieder. World Spawn oder Safe Zone kann ich gehen, oder? Was ist das hier? Wo war der denn? Treppe hoch oder wo? Äh, ne, ja, nach rechts. Da steht so ein Holzschild vor der Tür. Und rechts daneben ist der. Ich bin wieder auf dem Berg gespawned. Ich komm mal wieder zu dir runter. Der lädt noch nach, ich seh ihn nicht. Oh, scheiße. Ich bin auch down. Oh, dann spawnen wir in der Welt. Okay, warte. Scheiße. Dann lass mich mal... Warte mal, hier ist ne Safe Zone oder sowas. Ja, dann spawnen wir das. Warte mal. Ich bin nicht gespawnt. Ja, du stehst jetzt hier neben mir. Ja. Warte mal, was ist denn das hier? Ach, dann war das hier die Safe Zone. Deswegen konnte ich ihn nicht killen, den Typ. Guck mal, hier kann man seine Getränke auffüllen und so. Was ist das für einer? Keine Ahnung. Aber was ist das hier für ein krankes Gebäude? Oh, Open Global Vault. Ach, hier kann man Sachen reintun. Ah, alles klar. Aber die sind auf dem Map nicht markiert, ne? Ne, aber kannst du dir ja jetzt merken, wo die ist. Das ist halt hier eine. Ah. Vielleicht gibt's noch mehr davon. Aber hier irgendwie reingehen kann man nicht, ne? Das ist zugemauert. Hä? Wer mauert denn hier so ein... Das ist doch irgendwas Transportables oder so. Du das hier? Ah ja. Wir müssen mal in eine Gruppe kommen. Ja, kann man das vielleicht irgendwo schreiben? Friends to a group. Gut, ich beende erst mal die Folge. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen, Pamarillos. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. Und ansonsten sage ich Stay Pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnierenfenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit dir nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben, viel mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Verbindungspro... ... ... Vielen Dank.